Die wunderschönen Seniorenwohnungen in Aspangberg mit Balkon oder Terrasse sind den besonderen Bedürfnissen der älteren Generation angepasst. Geschulte Mitarbeiter sorgen für kreative Animation. Somit bleibt der Alltag abwechslungsreich und spannend. Ich war ein bisschen skeptisch, aber seit ich da bin, ich bin begeistert. Die wohnen schön und so. Die Leute zählen so viel. Nein, das ist nichts und so. Das stimmt nicht. Wenn die Leute passen, ist alles in Ordnung. Ich kann machen, was ich will. Und wenn ich wen brauche oder mit jemandem reden kann, bin ich nicht allein und so. Das sind sehr nette Leute. Ja, ich wollte eine Veränderung haben und da bin ich da hergezogen. Nein, also mir gefällt es jetzt momentan sehr gut da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wieder einen Auszug da. Die atemberaubende Landschaft und Wanderwege laden zum Woggen oder Spazierengehen ein. Die Gemeinde Aspangmarkt liegt in 500 Meter Seehöhe direkt im Herzen des Wechselgebietes. Mit guten Verkehrsanbindungen und Nahversorgern liegt das Haus zentral für Bewohner mit und ohne eigenen Pkw. Ich bin, sagen wir, noch mit dem Automobil, dann geht das wunderbar. Und wir haben eine Zugverbindung da, wir haben eine Autobusverbindung haben wir da. Ich bin, sagen wir, noch mal, auf die Gewinne ein. Jetzt müssen wir hier ja. Untertitelung des ZDF, 2020